Ah, Rainbow Dash, schön, dass du hier bist. Mit deiner ungezügelten Narkolepsie war ich mir nicht sicher, ob du heute Nacht mit mir die Sterne beobachten könntest. Äh, ja, was du gesagt hast. Warum machen wir das hier nochmal? Weil wir dich bestens vorbereiten müssen, wenn du einen Job als Geschäftsführerin in der Eisdiele haben willst. Aber ich will gar keinen Job als Geschäftsführerin in... Also, lass uns anfangen. Das dort ist das Eisbechersystem. Und dort drüben ist das Karottenbündel. Oh, oh, und dieses dort ist der Apfelnebel, siehst du? Direkt neben dem Süßigkeiten-Gürtel. Wieso stellen so viele von denen Abbildungen von Essen dar? Sag mal, Luna, wie läuft denn deine Diät? Leid mich, Schwester. Die Diät bei Gutemensch Untertitelung des ZDF für funk, 2017